So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Info und zwar, das kann ich euch ganz einfach hier zeigen, ja, ich habe ein neues Projekt anzukündigen, das wird parallel zu Let's Play Castlevania und Mirror's Edge gespielt, nämlich es handelt sich um das Spiel Daylight. Dieses Spiel kommt nächstes Jahr auf Steam, äh, Quats, nächstes Jahr, nächste Woche kommt es auf Steam raus, ich freue mich tierisch auf dieses Spiel, es soll ziemlich extrem sein und ziemlich gruselig, das heißt absolut facecap würdig und mich würde es echt freuen, wenn ihr dabei sein könntet und so mitfiebern und mitgruseln und einfach nur dabei sein und mal den Gerhard so richtig, richtig mit Angst zu erleben. Das war schon bei Amnesia nicht schlecht und ich würde mich richtig freuen, wenn ihr auch bei Daylight wieder dabei sein könntet. Okay, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit den kommenden Videos und ciao, euer Gerhard, tschüssi!